Wir kommen jetzt schon zu unserem nächsten Produkt, Ternhall Stuff Daily heisst das Ganze. Stimmt nicht, das habe ich jetzt im Fehler gemacht. Stimmt, du hast recht, jetzt kommen wir zu dem nächsten Velo, ganz genau. Und darum wünsche ich bitte meine zwei Assistenten wieder bei mir mit den beiden Velos. Wir haben sogar drei Velos, und zwar sind die von der Firma Ampler. Das sind drei Modelle. Hier fährt die Schule direkt in Stellar rein, Lars fährt auf dem Stout und auf unserem Display haben wir das gehört. Was mir gerade auffällt, egal bei welchem, ob bei der Schule oder auch bei Lars, Sie sehen für mich nicht wie E-Bikes aus. Allgemein sehen sie für mich einfach wie ganz normale Velos aus. Ja das stimmt, also die E-Bikes von Ampler, die haben eine mega versteckte Batterie, sie haben ja auch offensichtlich einen versteckten Motor. Sie sind ja auch mega leicht, zwischen 13,5 und 17 Kilo. Und ja, wer einen stylischen Begleiter braucht, um in Zürich herumzufahren, das sind coole Velos. Sie haben einen super Kundenservice, kostenlose Lieferung, man kann es also nur online bestellen und ein 14-Tage-Rückgabe recht. Ist auch nicht schlecht, also das heisst, ich darf schon mal zwei Wochen rausfahren, und falls es mir nicht gefallen würde, dann dürfte ich es also wieder zurückbringen. Das stimmt, ja. Leck, cooler Service. so programs die Sitzung. D esempen, Untertitelung des ZDF, 2020